hallo leute herzlich willkommen wieder bei nächsten folge zog nicht zu viel zog nicht so viel wieder da so und was haben wir da nichts gar nichts nur arschrecht so jetzt mal was ach du heilige schlösser letzte folge werde ich bin schön ledig und glaubt der der vorletzte oder überletzte ja klar haben wir einen hund gefunden den ernst ja ist gut ach du heilige scheiße machen wir so schnell ich hasse es weg da sogar noch wieso kommt er ständig was oben man soll scheiße jetzt nicht mehr du bist weg komm jawohl muss ich nachladen kommt schon man so nah so weg dein ernst alter wie konnte ich nie kein hat schon drücken so bin ich eben zeig deine hässliche fresse noch ein schuss und hoffe ich alle sind jetzt weg so jetzt was machen wir jetzt naja auf anderer Seite müssen wir wahrscheinlich nicht ja ist klar ja ist klar euer ernst wo der sniper da ist oh fuck ja lol hab ich noch so jetzt hm hm muss ich denken wie war das nur noch mal dass ich konnte nach oben kommen auf Dach springen Dach 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 glaub ich hier so ah ja stimmt ja so oh Erridium haben wir wiii geschafft leider leichter geht es nicht gegangen so wir haben noch 5 Schuss und ich weiß ob das klappt oh du arme Dingsbunk komm hab ich dir also ich muss das rein machen komm friss oh oh er scheint hunger zu haben vielleicht wolltest du mein Passgeld haben ok ok hold ich ihm ich will das alles in einem Mission machen in eine Folge so und sonst sonst kommen wir wir machen das nächste Folge dann kommen die neue Gegner und schon wieder und schon wieder mussten die also leicht durch ihn besiegen die fünf Snacks ok Theoretisch hier sollten kein gegner sein ich hoffe wenn ich dann bin ja richtig na ich glaube sie ist keiner eine ist hier so was haben wir da noch weiter nächstes geht stecks stecks ja ich bin selber stecks super geile stecks so was gehen wir weiter ich kann springen ah letzte gott sei dank ja ja oh ja so geld ok nehme ich nur geld und jetzt was haben wir da nix gehen wir weiter ich sehe das ist nicht dein eins oder so ok ich sehe das ist ein bandit ich sehe das ist ein bandit ja gibt dir ja wir sind ich muss nach oben wahrscheinlich so wir sind ab das heißt wir mussten haben wir sagen aus killen diese seite so aktions abglückzeit aha okay nachladen feuerrad erhöhen okay das wäre auch nicht schlecht aber das haben wir schon erhöht das ist schon gut futter was für futter du bist gleich für mich futter heute muss ich kurz schauen die oder die seite das scheiß egal grundsache eine seite die beschissene die seite ja ok heute gewillt nicht der jetzt verrecken einfach von mir aus ist weg mein gott alter verrecken ja noch einer saug dieser fucking schrott ja endlich mein rot wow ja du bist guter zieler ich habe gedacht immer nicht hinter mir aber nicht alter geht es gut lol ich würde schon mein leben nachgeladen oh lol nein fick nein ein schuss ein fucking zwei ein zwei schüsse porUS oder aber ja 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 evice ja 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 Toll. Komm. Geh drauf. Aha. Siehst du? Ich bin hellseher. Ich sage ja, jetzt... Jetzt haben sie mich nicht bemerkt. LOL. Wo bin ich gelandet? Ah, ich bin... Ich bin gelandet in eine Haufen Scheiße. Oh, du Arme. Soll ich das machen, oder was? So, ich habe sie geliefert. Nein, ich sie... Ich sie... Ja, ein bisschen zu spät, gell? Genau, so soll sie sein. Was war das? Was war das? Loll. Ah. Ich vermisse meine Munition Okay Lol Nix Puh Also wenn ich nicht ziele, der ist Schicht sauerhaft Komm, 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 komm Was macht der? Oh Mann Ich hasse, ich hasse diese fucking Und tschüssi Manni, Manni, Manni Hä Moment Hä, wieso außerhalb? Ich bekomme mich gar nix Ich bin Sprech Sprech genau das brauche ich wo ist der hundi ist das nicht niedlich ist am arsch ist niedlich gott sei dank noch 1 einzige brauche ich ah scheiße ist er ja nicht mehr da aufpassen jetzt ja ist gut so kurzer prozess was ihr lebt nun läuft bei dir meine gute ich habe keinen bock auf spielchen na komm na komm perfekte ich habe gute taprezzi aber leider habe ich aus wahrscheinlich scheiße musste wahrscheinlich alle grunde getötet mit bazooka also ist mehr gemütbar so kann wir das nicht machen da ist es schon ein bisschen bitte das muss ich sagen oder da komm geh mal so hoch problematisch werde lol da gibt es noch gegner gut dann ist nichts verloren da noch alle da nein fick dich so leicht muss mich keiner ab ja wie ist denn entfüllt oh ja das hat mir hier hat mir glück ich das und auf diese stelle habe ich nicht gewusst dass die kommen also einfach so raus okay machen wir so gehen wir hier lang wie ich kann springen so ja ja schiebt auf mich okay was kam was haben wir hier die borderlandswelt ist so ein scheiß die borderlandswelt ist so nicht so ein scheiß ist es auch nicht je haben wir gefuttert der nächste ist inzwischen viel zu groß für seine kleine behausung schätze es wird zeit dass du eine neue unterkunft für ihn findest oh ja wahrscheinlich na bitte ich hoffe ich jetzt kommt keiner komm folgen wir ihn mal die und merken und bauen ja jetzt schon das ist so schon zu spät ist und der sollte dann rennen ich hole noch nicht schnell sonst ist für mich schwach aus nein ja juhu haben wir die schieße aber machen wir das diese mission schnell oh du solltest brennen die sind oder was alter ich glaube ich verleckert sich hier ich sehe nicht wo die laufen einfach ich bin dort ich bin sowas von dort habe ich gesagt ja habe ich gesagt ich bin so hell sehr nein nein nicht euer ernst da muss ich hoffen das ist das für ein scheiß beschissene spruch schlimmeres spruch habe ich noch nie gehört ja ja hallo ne machen wir anders weil ich habe keinen bock noch mal da hin zu laden und diese halbe halbe mäd zu andere hälfte mädchen oder ne genau das wollte ich da 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 das war das war also die die leise das war so ohne runterschwingen auch nie war sogar 100% Alter wie stark ist der Jawoll oh der hat gesessen mach ihn fertig ja alles oh oh ha 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 oh oh fertig okay okay ich hab gedacht was haben wir noch was aber ja okay lassen wir so ich hab gedacht noch etwas 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 das jüg mich nicht okay so Leute ich werde sagen da säuft nicht zu Wasser warte ja meine Abschliffe sag also Leute das war's und säuft nicht zu Wasser und bis nächstes Mal ciao